Rache, so würde mir selbst der gute Lestrat zustimmen, säße er nun in einem der Sessel unseres Wohnzimmers, und könnte ich mich wie einst mit ihm unterhalten, war schon zu allen Zeiten ein starkes Motiv für Verbrechen. Abgesehen von Gier, jener Triebfeder des Übels, dürfte sie die meisten Tode gefordert haben. Selbst Könige und Präsidenten sind nicht frei davon, und so wurden Kriege ausgefochten, nur um dem Wunsch nach Rache und Vergeltung Genüge zu tun. Das wirklich perfide an Rache ist, dass sie nicht selten vererbt wird. Ein König, von Gier getrieben, mag das Land in Flammen setzen, sein Sohn jedoch kann von ganz anderer Art sein, freundlich, nahbar und großzügig. Widerfährt dem König jedoch seitens einer machtvollen Familie oder seitens einer fremdländischen Dynastie Unrecht, so werden Söhne und Töchter, Enkel und Urenkel in einen Kampf um Rache und Wiedergutmachung gezwungen, der Tausende und Abertausende in den Tod reißt. Das Land an den Rand des Ruins treibt und endet meist damit, wenn eine der beiden Seiten ausgelöscht wurde. Rache, sie lässt den Weisesten zu einem Dummkopf werden, den Harmlosesten zu einem Berserker und den Reichsten zu einem Armen Schlucker, der am Ende alles verliert und vor den Scherben seiner Existenz stehend sein vermeintliches Schicksal beweint. Rache, sie vernebelt den Verstand des brillantesten Mannes. Dies erlebten mein Freund Holmes und ich während jenes Falls, der auf die Sache mit der sprechenden Mumie folgte. Der Sommer neigte sich dem Ende zu. Sir Franklin, seines Zeichens Direktor des Britischen Museums, hatte uns nicht nur ein großzügiges Honorar zukommen lassen, sondern auch zwei Einladungen zur geplanten Ausstellungseröffnung, in dessen Zentrum Kia stehen würde. Holmes zeigte wenig Interesse an solch einer Ausstellung. Es war nichts, was sein Interesse geweckt oder gar seinen Geist stimuliert hätte. Erst der Hinweis, Musiker würden die Eröffnung musikalisch mit Motiven aus AIDA begleiten, stimmte ihn um. Da eine solche Eröffnung stets mit einem hohen Aufgebot an Presse, Wirtschaftsvertretern und Politikern einhergeht, suchte ich knapp zwei Wochen vor der Veranstaltung den von mir bevorzugten Herrenausstatter auf, um mich entsprechend einkleiden zu lassen. Ebenfalls suchte ich den Friseur auf und erstand ein erstklassiges Paar Schuhe aus Italien. Der Fall um Kia, er hatte ein wenig Abwechslung in den ereignisarmen Sommer gebracht, war gelöst. So hatte sich wieder Ruhe über die Baker Street gelegt, wie ein weiches Tuch. Der Herbst, da waren wir uns sicher, würde uns wieder umso mehr Verbrechen bescheren. Sobald die Lethargie verflog, London im Grau des Nebels und des Regens versank und der nahe Winter die Menschen auf die Straße trieb, wurden die Verbrecher wieder aktiv. Holmes nutzte die Zeit, um eine, die er es nannte, delikate Versuchsreihe abzuschließen, während ich meinen Club besuchte und dort belauschte, was die Herren umtrieb. Es war eine Zeit, an die ich noch einige Male zurückdachte, denn in diesen Wochen schien es, als sei ein Friede über die Stadt gekommen, wie wir ihn zuvor nie erlebten. Doch leider liegt es in der Natur des Menschen, einen jeden Frieden zu zerstören, und so ging auch diese Phase eines Abends spektakulär zu Ende. Vielleicht nahmen mich die Ereignisse gerade darum so sehr mit, weil es zuvor derart ruhig und gesittet zugegangen war, man morgens von der Sonne geweckt wurde und es keine größeren Rätsel als jene der sprechenden Mumie zu entschlüsseln gab. Mehr noch, es begann dort, wo wir einen lauen Abend zu verbringen hofften, im Britischen Museum, während der Eröffnung der Sonderausstellung mit dem Thema »Kia und ihre Zeit«. Auch wenn noch immer niemand wusste, wie die Mumie zu Lebzeiten hieß, war es bei dem Namen »Kia« geblieben. In der Sonderausstellung ging es um das Alte Reich, um Frauen in Ägypten und die Beziehungen innerhalb der Herrscherfamilien. Es wurden zudem Alltagsgegenstände, aber auch Reste von Waschutensilien und sehr viel Schmuck gezeigt, das Gros davon von sehr, sehr hohem Wert. So zumindest stand es in der Einladung, und wir hegten keinen Zweifel daran, dass dem auch so war. Ich freute mich auf die Ausstellung, Holmes auf die dargebotene Musik, und keiner von uns rechnete damit, dass an diesem Abend der Friede, der London den Sommer über begleitet hatte, enden würde. Und das mit einem lauten, weithin vernehmlichen Knall. Als wir eintrafen, hatten sich bereits einige der geladenen Gäste in der großen Halle des Museums eingefunden. Das Rednerpult stand verwaist, Getränke wurden gereicht. Später, so hieß es, warte ein Buffet auf die Gäste. Neben den eingeladenen Gästen sah ich auch einige Angestellte des Museums, darunter Mr. Alistair Fox, neu ernannter Vizedirektor des Museums. Holmes grüßte hin und wieder jemanden, meist dann, wenn er zuvor angesprochen worden war. Davon abgesehen, interessierte er sich für die Musiker und verwickelte deren Dirigenten in ein reges Gespräch, während ich mich mit einem Kollegen unterhielt, der inzwischen für die Regierung arbeitete und diese in Gesundheitsfragen beriet. Die Eröffnung sollte um sieben am Abend beginnen. Um kurz vor sieben betrat ein Mann das Museum, den ich nicht erwartet hatte. Mycroft Holmes. Auch Holmes war erstaunt, seinen Bruder zu sehen. Mycroft war nicht das größte Beispiel Ziel gesellschaftlicher Interaktion, um es einmal vorsichtig zu sagen. Ereignisse wie dieses miet er in der Regel gewissenhaft. Und doch war er hier, schaute sich um und kam zu uns, um uns zu begrüßen. Mycroft! Holmes reichte seinem Bruder die Hand. Ich hatte das Gefühl, dass die Beziehung der beiden Brüder nach Mycrofts Entführung inniger geworden war. Die Tatsache, dass ihn Verbrecher als Ziel auserkoren hatten, musste dem armen Mycroft zugesetzt haben. Hinzu kam, dass sein Bruder zur Rettung geeilt war. Etwas, das auch den kühlsten Analytiker nicht unberührt lassen konnte. Sherlock! Mycroft schenkte seinem Bruder ein schmales Lächeln, ehe er sich an mich wandte. Dr. Watson! Was führt Sie her? erkundigte ich mich, denn die Neugier ließ mir keine andere Möglichkeit. Sie werden doch nicht überraschend Ihre Liebe für das alte Ägypten entdeckt haben, wie ich vermute. Nein, das habe ich nicht, erwiderte Mycroft. Ich kam, weil uns beunruhigende Informationen erreichten. In welchem Zusammenhang? hakte Holmes sofort nach. Im Zusammenhang mit diesem Abend. Ich wusste bereits, dass du und Watson hier sein würdet. Darum war es mir wichtig, mit euch zu sprechen. Er schaute sich um. Die Geheimpolizei hat mehrere Männer hierher geschickt. Mindestens vier habe ich bereits gesehen. Was in aller Welt ist los? Stieße ich hervor. Eines der Schmuckstücke, welches heute zum ersten Mal präsentiert wird, ist sehr, sehr wertvoll. Wertvoller als jedes Edelstück, welches ich kenne, mit Ausnahme der Krone vielleicht. Heavens! Wie in aller Welt kann ein Schmuckstück derart wertvoll sein. Es besteht nicht nur aus purem Gold, erwiderte Mycroft, sondern ist mit den feinsten Diamanten und Edelsteinen besetzt. Es war einst das Geschmeide eines Pharaos. Und nun vermutest du, jemand könne es stehlen, fragte Holmes. Wir erhielten eine Warnung. Jemand habe großes Interesse an diesem Schmuck und würde sehr viel tun und noch mehr zahlen, um ihn in seine Hände zu bekommen. Vor allem aber … Mycroft senkte die Stimme zu einem Wispern. Vor allem aber wäre der Schaden für das Image des Empires erschreckend groß. Man stelle sich vor, etwas derart Wertvolles verschwindet am ersten Abend der Ausstellung. Und dies trotz schärfster Sicherheitsvorkehrungen und ausschließlich geladenen Gästen von Rang und Namen. Es wäre eine Katastrophe, stimmte Holmes seinem Bruder zu. Viele in der Regierung fürchten, dass der Schmuck nur ein Mittel zum Zweck sein könnte. Die Regierung würde alles tun, um das Geschmeide wieder in Händen zu halten. Vielleicht auch Dinge, die sie ohne solchen Druck nicht tun würde. Noch während wir sprachen, näherte sich uns ein Gentleman in dunklem Anzug und hohem Zylinder. Sein Schnurrbart war lang, gezwiebelt und ordentlich gepflegt. Seine Hände verschwanden in schwarzen Handschuhen. Er kam näher, dann nickte er uns zu. »Holmes, Dr. Watson, Sie kennen Commissioner Hurst?«, fragte Mycroft. »Commissioner Eric Hurst, Chef der Geheimpolizei.« Sherlock Holmes reichte dem Mann die Hand. »Haben Sie bereits einen Hinweis, wer das Verbrechen begehen will?« »Ich habe eine gute Vorstellung davon,« zeigte sich Hurst ausweichend. »Wir werden sehen, ob ich recht behalten sollte.« »Sie dürfen nicht ins Detail gehen. Vielleicht können wir Ihnen zur Hand gehen.« Hurst lächelte kalt. »Das wird nicht nötig sein. Ich habe eine handverlesene Auswahl guter Leute bei mir. Wir werden tun, was getan werden muss.« Mycroft schenkte dem Mann einen kurzen, nachdenklichen Blick, nahm es aber hin. Vielleicht hätte er intervenieren und Hurst bitten sollen, uns ins Vertrauen zu ziehen. Doch er tat es nicht, sondern wiederholte lediglich, was er wusste. Demnach hatte ein Brief die Regierung erreicht, in der ein Diebstahl besagten Geschmeides in der Nacht der Eröffnung geplant sei und die besten Köpfe des Empires an einem Plan arbeiten würden, den Schmuck noch in der Stunde des Raubs außer Landes zu schaffen. Natürlich habe Mycroft sofort das Nötige veranlasst und sowohl die Geheimpolizei als auch die Special Branch verständigt. Zudem habe sich Mycroft die Erlaubnis geben lassen, mit seinem Bruder über die Sache zu sprechen. »Die Special Branch ist ebenfalls vertreten?« Ich schaute mich um und sah einen Inspektor, den ich schon seit einiger Zeit nicht mehr gesehen hatte. Da er jedoch offenbar inkognito agierte, verkniff ich mir einen Gruß. Wir hätten uns vermutlich noch eine Weile unterhalten, doch just in diesem Moment trat Sir Franklin ans Rednerpult. Die Musik endete mit einem kleinen Tusch und die Eröffnung begann. Ohne den drohenden Schatten eines groß angelegten Raubs hätte sich Holmes maßlos gelangweilt. So aber hielt er seine Augen offen. Nach ein paar Minuten, Sir Franklin hatte gerade den Ausgreibern in Ägypten gedankt, gab er mir zu verstehen, ihm unauffällig zu folgen. Erstaunt kam ich seiner Aufforderung nach. Wir gingen zu einer ruhigen Ecke und dort wartete jener Inspektor auf uns, den ich zuvor bereits sah. Die I. Barnes, ehemals nach einem Disput mit Lestrade aufs Land zwangsversetzt und nach dem Fall um den Wilderer vom Sherwood Forest von Holmes selbst bei der Special Branch untergebracht, blickte uns mit großem Ernst entgegen. »Meine Herren«, grüßte er, und seine Stimme klang ernster, als ich es je bei ihm erlebt hatte. »Inspektor Barnes«, grüßte ich ihn und reichte ihm die Hand, »wie schön, Sie nach all der Zeit zu sehen. Ich bedauere, dass wir uns stets unter unfreundlichen Gegebenheiten treffen. Nur ein einziges Mal ging es nicht um einen Fall, damals, als ich ihnen die Gewehre überbringen durfte. Ich erinnerte mich an jenen Tag. Damals erfuhr ich, dass Barnes wieder in London tätig sein würde. Er hatte uns in der Tat ausgezeichnete Waffen gebracht. Gewehre, die dem Opfer eines Mordes gehört hatten und ein paar hundert Pfund wert waren. Aber dies nur nebenbei. »Sie sind wegen der Eröffnung hier?«, fragte Inspektor Barnes, nachdem wir einander die Hände geschüttelt hatten. »So ist es«, bestätigte Holmes. »Wir lösten ein kleines Problem für Sir Franklin, und er war so freundlich, uns einzuladen.« Also wussten sie nichts von der Gefahr. »Hätte ich es, so trüge ich meinen Revolver bei mir«, erwiderte ich düster. Barnes blickte mich sekundenlang an. Dann griff er in die Innentasche seines Anzuges und reichte mir einen Revolver, wie ihn die Special Branch häufig trug. »Sie waren bei der Armee. Sie können damit umgehen. Zögern Sie nicht einzugreifen.« Ich ließ die Waffe sofort in der Tasche meines Anzuges verschwinden. »Haben Sie schon einen Verdacht?« »Einen Verdacht?« Barnes lachte leise und humorlos. »Ich ahne, wie es laufen wird. Ihnen möchte ich eines sagen. Trauen Sie nur sehr wenigen Personen. Manch eine Überraschung wird auf Sie warten.« Er nickte uns zu, dann ging er davon, um sich die Rede von Mr. Alistair Fox anzuhören. Wir hingegen blieben erstaunt zurück. »Was denken Sie hat es zu bedeuten?«, wunderte ich mich. Holmes ließ seinen Blick über die Anwesenden schweifen, dann zuckte er mit den Schultern. »Ich weiß es nicht, Watson. Noch weiß ich so gut wie gar nichts, und das stört mich. Ich wünschte, Mycroft hätte uns mehr sagen können und Hearst mehr sagen wollen. So bleibt nur eines, warten und darauf hoffen, dass sich die Warnung als Fehlalarm entpuppt.« Ich blickte Holmes in die Augen und sah, dass er an diese Möglichkeit nicht glaubte. Er rechnete mit einem Angriff, und die Tatsache, dass er im Dunkeln tappte, ärgerte ihn über alle Maßen. Es begann mit einem Knall. Und wenn ich nun Knall sage, dann, liebe Hörer, meine ich das auch so. Später erfuhr ich, dass die Explosion, die diesen Knall verursachte, noch im East End zu hören gewesen war. Die Detonation erfolgte hoch über unseren Köpfen, dort, wo sich eine Kuppel über die Halle spannte. Sie zerriss das Dach und ließ kleine und große Trümmer auf uns niederregnen. Der Schreck, den Blitz und Knall in uns hervorriefen, war enorm. Fast jeder warf sich zu Boden und schützte seinen Kopf. Nur wenige blieben stehen und blickten entsetzt nach oben, hin zur Quelle der Explosion. Ich selbst hatte, dank meiner Ausbildung, eine sehr kurze Schrecksekunde. Ich packte Holmes und zerrte ihn unter eine stabile, aus Holz und Glas bestehende Vitrine, in der einige Waffen der alten Ägypter ausgestellt waren. Wir hörten gequälte Schreie als Glas, aber auch harte Materialien, Wunden, Rissen und sich teils in das Fleisch der flüchtenden Menschen bohrten. Die Vitrine, unter der wir kauerten, wurde von etwas getroffen. Wir hörten Glas bersten, doch der Kasten schützte uns. Nicht auszudenken, was immer die Vitrine getroffen hätte, hätte uns getroffen. Sekunden verharrten wir. Dann, als sicher war, dass keine weiteren Trümmer mehr zu Boden stürzten, kamen wir hervor. Als Arzt war es meine Pflicht, mich um die Verletzten zu kümmern. Ich sah Hurst und seine Leute zu Sir Franklin eilen. Barnes hingegen hielt sich zurück. Er blickte zu einem jungen Mann, der sich ebenfalls hatte, auf den Weg zu Franklin machen wollen, und schüttelte den Kopf. Gleichzeitig zog er eine Waffe, hielt sie jedoch so, dass sie von den Gästen kaum gesehen werden konnte. Holmes rieb sich Staub und Glassplitter aus dem Anzug, den Blick nach oben gerichtet. Das Dach war zerstört. Wir sahen den abendlichen Himmel über uns. Und doch war bei weitem nicht so viel passiert, wie hätte passieren können. Die Detonation, so laut und grell sie auch gewesen war, hatte einen kleinen Bereich gesprengt. Und das Material, welches zu Boden gestürzt war, hatte keine tödliche Wucht entwickelt. Das sah ich sofort, denn jene, die getroffen worden waren, saßen oder lagen auf dem Boden und stöhnten leise. Sir Franklin stand wieder am Pult und bat um Ruhe, umgeben von den Geheimpolizisten und Hurst. Dieser hielt eine Waffe in Händen, und gerade als ich mich um eine verletzte Dame kümmern wollte, richtete er diese auf den Kopf des Museumsdirektors. »Ladies, Gentlemen, ich würde es begrüßen, wenn sich niemand regt. Auch die ach so tapferen Ärzte, die sich bereits ans Werk gemacht haben, sollten ihre Arbeiten kurzfristig einstellen.« Ich schaute zu Hurst und schwöre, dass ich niemals einen eisigeren Blick, ein kälteres Gebaren erlebte wie in diesem Moment. Barnes, der seitlich von mir stand, schien in diesem Moment tiefen Hass auf seine Kollegen zu empfinden. So zumindest interpretierte ich seinen Blick. Und auch Holmes und sein Bruder beide standen nebeneinander, waren entsetzt und fern allermaßen verärgert. »Darf ich fragen, was das zu bedeuten hat?«, fragte Sir Franklin. »Warum? Was es zu bedeuten hat?«, rief ein Mann ironisch. Wir schauten uns um, und ich sah zu meinem Erstaunen niemand anderen als Louis Fuentes den Raum durchmessen. Ihn begleitete sein treues Faktortum Benjou. Und dies, obwohl sich der Neger schon wieder auf dem Weg nach Afrika befinden sollte. Er war von den Behörden, in deren Obhut genommen worden. Andererseits brauchte ich nur zu Hearst zu blicken, um zu verstehen, wie Benjou in dieses Museum gelangt war. »Fuentes!«, fauchte Franklin. »Was in aller Welt hat das zu bedeuten?« »Ich konnte ein altes Fossil nicht von seinem Platz verdrängen, als ich noch für das Museum arbeitete,«, erwiderte der Spanier, »und ich hatte das Gefühl, er würde in diesem Augenblick seine Rache genießen.« »Vielleicht«, so fuhr er fort, »wird man ihn nun seines Amtes entheben. Dann nämlich, wenn ich mir den Schmuck des Pharaos genommen habe.« »Nein«, rief Franklin. Er wollte sich aus der Umklammerung der Polizisten befreien, doch Hearst versetzte ihm einen Schlag gegen die Schläfe und unverzüglich sackte Franklin zu Boden, die Hand auf die blutende Wunde gepresst. »Doch«, erwiderte Fuentes, »und diesmal kann auch ein Sherlock Holmes nicht verhindern, dass ich mein Ziel erreiche. Größere Mächte als er sind am Werk.« Der Spanier lachte. Dann reichte er dem Schwarzen einen Schlüssel. Binjou, jahrelang im Museum angestellt, brauchte keine weiteren Anweisungen. Er lief los, kehrte aber schon nach weniger als fünf Minuten zurück in der Hand ein Geschmeide, wie selbst ich es noch nie gesehen hatte. »Vielen Dank!« Fuentes steckte die Kette ein, dann verneigte er sich vor den Anwesenden, wie ein Zauberer, der einen besonders guten Trick vorgeführt hatte. Anschließend ging er davon, gefolgt von Hearst und dessen Leuten. Sie hielten Franklin noch immer zwischen sich und keiner, auch nicht Barnes oder einer seiner Kollegen der Special Branch, wagten die kleine Gruppe elender Räuber zu stoppen. Holmes, Mycroft und Barnes folgten ihnen. Später erfuhr ich, dass sie in vor dem Museum wartende Droschken gestiegen und direkt losgefahren seien. Franklin hatten sie jedoch zurückgelassen. Was uns erstaunte war, dass die Explosion keine Polizisten aus der Umgebung angelockt hatte. Auch war die Feuerwehr nicht eingetroffen. Niemand schien es für nötig gehalten zu haben, sie zu informieren. Nicht einmal der Knall der Explosion hatte sie alarmiert. So kam es, dass die Räuber in die Nacht flohen und erst nach mehr als 30 Minuten Rettungskräfte und Beamte des Yard eintrafen. Es war ein perfekt organisiertes und inszeniertes Verbrechen gewesen. Perfekter noch als fuentes Plan, Sir Franklin um den Verstand zu bringen, in dem er Kia hatte sprechen lassen. Während ich mich gemeinsam mit Kollegen um die Verletzten kümmerte, wurde mir das Ausmaß dieses Raubes klar. Angesehene Mitglieder der Geheimpolizei hatten sich an einem Verbrechen enormen Ausmaßes beteiligt und es vielleicht sogar erst ermöglicht. Es war höchst unwahrscheinlich, dass dieses gesamte Unternehmen auf Fuentes zurückging. Jemand anderes hatte seine Finger im Spiel und ich musste nicht lange nachdenken, damit mir der Name des üblen Genius einfiel. James Leonard Moriarty, Sohn des Toten, auf dem Grunde des Reichenbach-Falls verrottenden Professors Moriarty. Es waren genau 46 Verletzte, den Niedergeschlagenen Sir Franklin eingerechnet. Hiervon hatten 29 Personen den Weg ins Krankenhaus antreten müssen, die restlichen Personen waren mit der strengen Ermahnung, sich am nächsten Tag bei ihrem Arzt einzufinden, entlassen worden. Auch Sir Franklin war mit einem Verband, einem Schmerzmittel und verordneter Bettruhe nach Hause entlassen worden, nachdem Barnes seine Aussage aufgenommen hatte. Mycroft, der mit Hurst über die Bedrohung gesprochen hatte, fühlte sich entsprechend elend. Trotz all seiner Menschenkenntnis und seiner Beobachtungsgabe war ihm absolut nichts aufgefallen, was auf ein solches Verhalten hatte schließen lassen. Jetzt, im Nachgang, gab es reichlich Anzeichen, doch diese waren vor dem Raub nicht bekannt gewesen, da es niemanden gab, der das Leben der Mitglieder der Geheimpolizei durchleuchtete. Sonst wäre schon zuvor bekannt geworden, dass alle fünf am Raub beteiligten Männer ihre Wohnungen in London aufgegeben hatten. Auch fiel nun erst auf, dass vor allem Hurst häufig gewettet hatte, und das nicht immer mit Erfolg. Offenbar hatten ihn Geldsorgen getrieben. Geldsorgen, die ein anderer beseitigen konnte, wenn er dafür all das verriet, was ihm einst wichtig gewesen war. Am späten Vormittag nach dem Raub hatte Mrs. Hudson viel zu tun, denn nicht nur Mycroft Holmes, sondern auch Inspektor Lestrade, Charles Edward Barnes von der Special Branch, Sir Franklin und der Premier persönlich trafen mit kurzem Abstand in der Baker Street ein. Der Premier, er war am Abend zuvor als Ehrengast geladen und hätte ein paar Sätze sagen sollen, trug noch immer jenen Verband, den ich ihm am Abend zuvor angelegt hatte. Da er keine Zeit für eine ordentliche Visitation seines Arztes hatte, übernahm ich es, die Wunde zu inspizieren. Dazu bat ich ihn in ein Nebenzimmer, welches sich häufiger für solche Zwecke nutzte, und versorgte die Wunde frisch. Anschließend kehrten wir zurück und nahmen Platz. Mrs. Hudson hatte inzwischen Tee und Gebäck serviert, die Ankunft mehrerer Pressevertreter vermeldet, und die Order erhalten, sie vom Hofe zu jagen, wie es Mycroft Holmes auszudrücken pflegte. »Warum verdächtigten Sie, Hirst?« wandte sich Holmes an Barnes und eröffnete so die Gespräche. Barnes schenkte Holmes ein flüchtiges Lächeln. »Als Mr. Mycroft Holmes zu uns kam, verhielt er sich ein wenig sonderbar. Er sagte, er wisse bereits etwas, zeigte sich aber engstirnig und wollte nicht mit uns sprechen. Wir würden,« so meinte er, »früh genug erfahren, was das alles zu bedeuten habe.« »Sie hakten nicht nach,« rief der Premier. »Sir, die Geheimpolizei spricht nur selten über Erkenntnisse. Sie hüten ihr Wissen streng und eifersüchtig,« erwiderte Barnes. »Würde ich jedes Mal einen Inspektor der Geheimpolizei des Verrats verdächtigen, nur weil er mir nicht Rede und Antwort steht, ich käme zu nichts anderem mehr.« »Ich stimme Kollege Barnes sehr selten zu,« ließ sich Lestrade mit einem kühlen Blick in Barnes' Richtung vernehmen, »in diesem Fall aber tue ich es. Die Geheimpolizei ist sehr auf ihre Pfründe bedacht. Dies führte zu Irritationen und Missverständnissen, und mehr als einmal entkam ein Ganove, nur weil wir keine Informationen erhielten. »Verstehe,« der Premier tupfte sich die Stirn mit einem Tuch ab, »das alles ist ein Albtraum. Für die Presse hingegen ist es ein Volksfest.« Wir wussten, was er meinte. Die Blätter schrieben über das Jahrhundertverbrechen, welches mit Blitz und Knall daherkam, und zeigte, wie verkommen die Polizei doch sei, stünden fünf Mitglieder der Geheimpolizei im Verdacht, mit den Verbrechern an einem Strang zu ziehen. Ein anderes Blatt fragte, wie die Regierung ein Empire schützen wolle, wenn sie nicht einmal ein wertvolles Geschmeide beschützen könne. Auch im Ausland wusste man bereits von der Sache. Vor allem die Franzosen, die Leihgaben an das Museum geschickt hatten, spotteten über die Polizei und ehrten die Täter, indem sie diesen großen Mut, noch größeres Können und größte Kälte bei der Durchführung attestierten. Und ja, die Verbrecher waren mit großer Kälte und auch mit Können vorgegangen. Fähigkeiten, die weder Holmes noch ich Mitgliedern der Geheimpolizei zutrauten. Der Sprengstoff hatte eine sehr seltsame Wirkung entfacht, und wir gingen davon aus, dass der enorme Knall, der grelle Blitz und die vergleichsweise geringe Zerstörung gewollt gewesen waren. Holmes sprach von einem Statement, welches nur ein Ziel kannte, Aufmerksamkeit zu wecken und die Scham der Polizei zu vergrößern. »Wie geht es nun weiter, meine Herren?«, fragte der Premier nach einer Weile. »Was werden Sie unternehmen?« »Ich habe bereits in der Nacht veranlasst, dass alle Häfen und alle Bahnhöfe streng überwacht werden«, erwiderte Barnes. »Zudem bat ich, die regulären Abteilungen die Fahndung zu unterstützen.« »Was wir auch getan haben«, bestätigte Lestrade. Wieder schenkte er Charles Edward Barnes einen kühlen Blick. »Diese beiden Männer, das wurde mir klar, würden in diesem Leben keine Freunde werden.« »Sehr gute Arbeit, Inspektor Barnes«, lobte der Premier den Beamten. »Ich denke, Sie sollten in dieser Sache die Leitung übernehmen.« »Mycroft, sprechen Sie mit der Geheimpolizei und anderen Abteilungen der Behörde, damit Sie an Inspektor Barnes berichten.« Ich blickte zu Lestrade und sah, dass sich dieser mit seinen Schuhen befasste, damit niemand sein Gesicht sehen konnte. »Danke, Sir«, Barnes nickte dem Premier zu. »Wir müssen ohnehin vorsichtig sein«, gab er zu bedenken. »Wir wissen nicht, ob Hurst und seine Mitverschworenen nicht weitere Komplizen zurückließen, um die Ermittlungen zu behindern. Ich würde die Geheimpolizei gerne so wenig involvieren wie möglich.« Er blickte zu uns. »Viel wäre geholfen, dürften wir auf die Mithilfe von Sherlock Holmes und Dr. Watson hoffen. Es gibt keinen größeren Detektiv und gemeinsam sollte es uns gelingen, die Schuldigen dingfest zu machen und das Geschmeide ins Museum zurückzubringen. Die Augen richteten sich auf meinen Freund und mich. »Es ist ein Glück«, erwiderte Sherlock Holmes schmunzelnd, »dass mich mein Freund zu einem langen Urlaub zwang und der Sommer ohne viele Höhepunkte ins Land ging. So sind wir beide frisch und ausgeruht, um die Verbrecher zu jagen.« »Sehr gut«, damit erhob sich der Premier. »Mycroft, Sie fungieren als Bindeglied zwischen den Ermittlern, Mr. Sherlock Holmes und mir. Halten Sie mich auf dem Laufenden.« Wir hörten, dass er auf dem Weg hinaus Mrs. Hudson für deren Gebäck lobte, dann schloss ich die Tür. »Was ist unser erster Schritt?«, fragte Lestrade. »Wir gehen zum Museum und werden uns dort noch einmal umschauen. Zudem sollten wir die Bilder, welche ein Fotograf schoss, in unseren Besitz bringen«, sinierte Barnes. »Lestrade, Sie werden sich um Zeugen vor dem Museum kümmern. Wir brauchen Details zu den Kutschen, in welche Richtung Sie flohen, all diese Dinge.« Lestrade erhob sich, legte uns zu und verließ ohne ein weiteres Wort unser Wohnzimmer. Ihm war anzusehen, dass er gerne eine andere Aufgabe übernommen hätte, doch war dies jene, die seinem Können entsprach. Wir saßen noch ein paar Minuten beisammen, leerten unsere Tassen und hingen unseren Gedanken nach, ehe es für uns ebenfalls Zeit zum Aufbruch wurde. Mycroft bat darum, regelmäßig informiert zu werden, er käme jedoch am Abend noch einmal in die Baker Street. Wir anderen bestiegen an Clarence und fuhren zum Museum. Barnes nutzte die Gelegenheit, um uns von seinem Leben in London sowie seinen Erfolgen bei der Special Branch zu berichten. Er verdanke Sherlock Holmes sehr viel. Mein Freund nahm dies geschmeichelt zur Kenntnis, winkte jedoch ab. Allein das Können des Inspektors habe ihn überzeugt nicht mehr. Vor Ort angekommen, verwandelte sich Sherlock Holmes einmal mehr in den Spürhund, der er sein konnte. Den Blick starr zu Boden gerichtet, ging er durch den großen Raum des Museums und suchte nach Hinweisen, die uns helfen würden. Mehr als einmal bückte er sich, hob etwas an und ließ es enttäuscht fallen. Nachdem er und auch Barnes den Saal, in dem die Eröffnung der Sonderausstellung hatte stattfinden sollen, gründlich abgesucht und kurz ihre Erkenntnisse ausgetauscht hatten, verließ Holmes den Saal und ging in das Foyer. Hier hatten, so Barnes, die Besucher gewartet, bevor sie hineingelassen worden waren. Viele, das wusste Barnes zu berichten, waren es nicht gewesen. Die meisten waren pünktlich erschienen und hatten daher sofort den großen Saal betreten können. Auch wir hatten das Foyer lediglich durchquert. Nun also suchte Holmes diesen Bereich ab, während sich Barnes die Vitrine besah, in der sich das Geschmeide befunden hatte. Eine Weile stand ich in dem großen Saal und blickte hinauf zu dem beschädigten Dach. Durch ein fast kreisrundes Loch konnte ich den blauen Himmel über London sehen. Ich musste Holmes zustimmen. Die Explosion, sie war ein Statement gewesen. Einem anderen Zweck hatte sie nicht gedient. Weder waren durch die Öffnung Verbrecher eingedrungen noch der Schmuck nach außen geschafft worden. Barnes und Holmes kehrten zurück. Während Barnes berichtete, dass er an der Vitrine keine Spuren hatte finden können, der Schwarze musste wohl einen Schlüssel besessen haben, denn das Schloss war unversehrt geblieben und wies nicht einmal Kratzer auf, die auf Einbruchswerkzeug hinweisen. Präsentierte Holmes ein leeres Streichholzbriefchen. Können Sie sich erinnern, wo genau die Kollegen der Geheimpolizei standen? In der linken Ecke, erwiderte Barnes. Sie standen dort und behielten die ankommenden Gäste im Blick. Dann wird dieses Heftchen eventuell von einem der Beamten stammen, erwiderte Holmes, und ein leichtes Lächeln stahl sich auf sein Gesicht. Denn genau dort fand ich es. Das wäre aber ein grober Fehler, wunderte sich Barnes. Er besah sich das Briefchen und sah, dass es von einem Hotel namens The Lions Inn in Greenwich stammte. Als Holmes das Briefchen aufschlug, sahen wir Worte. Eilt. Bis 5 p.m., dann d.o.l. Eilt. Was in aller Welt hat das zu bedeuten, wunderte ich mich, die Nachricht mehrfach lesend. Das bedeutet, erwiderte Barnes, und seine Augen blitzten, dass wir einen Spion bei den Verbrechern haben. Einer, der uns den entscheidenden Hinweis gibt. Er schaute auf die Uhr. Wir haben nun kurz nach zwei. Wir müssen uns beeilen. Damit eilte er aus dem Museum. Wir folgten ihm und sahen, dass er mit einem Uniformierten sprach. Ich nahm an, dass er Verstärkung zu jenem Hotel beorderte, in dem die Verbrecher wahrscheinlich abgestiegen waren. Ein guter Mann, sagte Holmes anerkennend. Er beeindruckte mich im Sherwood Forest und hört nun, da er bei der Special Branch arbeitet, nicht damit auf. Bedenkt man, wie oft wir von Beamten der lokalen Polizei oder auch von Scotland Yard enttäuscht worden waren, so stellte Barnes in der Tat eine erfrischende Überraschung dar, als wir ihn einst kennenlernten, als es um den Wilderer vom Sherwood Forest ging. Es war daher nur folgerichtig, dass er nun auch in London Karriere machte und sein Talent nicht an Landstreicher und zu. Ein erhebender Anblick, der sich uns am Nachmittag des Tages in Greenwich bot. Barnes hatte nicht den Fehler begangen, die Beamten zu dem Hotel zu beordern, sondern sie sich zwei Querstraßen entfernt sammeln lassen. Hier nun standen Drosten in ganz verschiedenen Größen sowie knapp 30 Polizisten, mehr als die Hälfte in Uniform. Sie alle hatten auf unser Eintreffen gewartet. Lediglich zwei Beamte, lokale Polizisten, die ihre Runden drehten und sich um kaum etwas anderes zu kümmern hatten, meldeten, dass in den letzten Stunden niemand das Hotel betreten oder verlassen hätte. Sie seien häufiger daran vorbeigegangen, ganz unauffällig und so, als würden sie eben ihre Runde drehen. Also dann, starten wir, befahl Barnes. Achtung, sie sind bewaffnet und werden schießen. Seien sie vorsichtig, keine Heldentaten. Die Beamten nickten ihm zu und auch Holmes gab ihm zu verstehen, dass wir bereit seien. Ich hielt nun meinen eigenen Revolver in Händen, Barnes jenen, den er mir am Abend zuvor ausgeliehen hatte. Wir verließen die Seitenstraße. Ein Teil der Beamten würde sich der Rückseite des Hotels nähern, wir anderen der Vorderseite. Zum ersten Mal in unserem Leben nahmen Holmes und ich an einer solchen Aktion teil. Es war aufregend. Es war befriedigend, denn wenn uns das Glück hold war, saßen die Verbrecher schon bald hinter Gitter. Es dauerte nicht lange, bis wir das Hotel erreichten. Barnes stieß die Tür auf, wir drängten mit ihm hinein und gingen direkt zur Rezeption. Der Herr, der dort Dienst tat, blickte uns aus großen Augen an. Er wich gar einen Schritt zurück, so sehr schüchterte ihm das Aufgebot ein. Wie viele Hotelgäste haben Sie, Mann? fragte Barnes. Drei, erwiderte der Mann zitternd. Dabei schaute er von Barnes zu Holmes, dann zu mir. Ich kenne Sie, sagte er und deutete auf meinen Freund. Sind Sie nicht Sherlock Holmes? Der bin ich, bestätigte mein Freund. Dann habe ich einen Brief für Sie. Der Mann griff unter den Tresen und holte einen Umschlag hervor. Schon als er das tat, veränderten sich die Gesichtszüge von Holmes und Barnes. Und auch mir schwarnte, dass dies nichts Gutes zu bedeuten hatte. Holmes riss den Brief auf. »Sehr geehrter Sherlock Holmes, sehr geehrter Inspektor Barnes, ich muss Sie und all jene, die Sie hierher geführt haben, enttäuschen. Es gibt keine Verbrecher in diesem kleinen, braven Hotel. Das Briefchen, welches einer von Ihnen fand, stammt nicht, wie Sie zweifellos vermuteten, von einem Verräter unter meiner Gruppe. Auch wenn ich mir lebhaft vorstelle, wie Sie triumphierend davon sprachen, dass einer der Beamten doch nicht jenen unentschuldbaren Verrat beging, den Sie nun einmal begingen. Und nun führten Sie jeden erreichbaren Beamten hierher, um mit leeren Händen abzuziehen. Ich bin sicher, die versammelte Presse wird dies zu würdigen wissen. »Gestern und heute habe ich den Beweis erbracht, dass die Zeit von Sherlock Holmes zu Ende geht. Er konnte meinen Vater schlagen. An mir wird er jedoch scheitern. Und nun wünsche ich viel Spaß mit der Presse. Ich werde morgen lesen, was Sie zu Ihrer Verteidigung sagten und was genau die Journalisten von Ihrem Vorgehen halten. Ihr JLM. Wer gab Ihnen den Brief? Erkundigte sich Holmes bei dem Mann hinter der Rezeption, während er mir den Brief reichte, damit ich ihn lesen und später in der Baker Street entsprechend einordnen konnte. Ein Hausgast oder ein Mann von der Straße? Ein Hausgast, erwiderte der Rezeptionist. Er wohnte knapp eine Woche in diesem Hotel und checkte vor zwei Tagen aus. »Wir brauchen eine Beschreibung des Mannes. Ich lasse jemanden kommen, der alles aufnimmt«, begriff Barnes sofort. »In welchem Zimmer wohnte er?« »Zimmer 17. Aber das Zimmer wurde gründlich gereinigt und ist neu vermietet. Ein Ehepaar wohnt darin.« »Danke.« Holmes bat um das Buch, in dem sich jeder Gast einzutragen hatte. Er erhielt es nicht nur, der Rezeptionist zeigte ihm auch den entsprechenden Eintrag. »Sehen Sie, Mr. Reichenbach.« Holmes lachte leise. »Mr. Reichenbach. So also nennt er sich.« Ein Beamter, der bisher draußen vor der Tür gewartet hatte, trat ein. Draußen stehen etliche Journalisten. Sie alle hätten eine Einladung zu einer Pressekonferenz im Falle des Museumraubs erhalten. Inspektor Barnes und Mr. Holmes seien doch da. »Wer glaubt, er könne nach Belieben mit uns spielen?«, wisperte Holmes auf dem Weg nach draußen. »Behalten Sie die Anwesenden scharf im Blick. Sowohl die Journalisten als auch die Schaulustigen. Es wäre möglich, dass sich Moriarty die Show nicht entgehen lassen will.« Ich folgte meinem Freund vor die Tür und stellte mich so, dass ich einen guten Blick auf das Geschehen hatte. Anfänglich fiel mir kein bekanntes Gesicht auf. Dann aber sah ich einen jungen Mann, der mir vertraut vorkam. Vor allem der Bowler, der nicht zu einem solch jungen Burschen zu passen und ein Erbstück zu sein schien, war mir bereits am Abend zuvor aufgefallen. Ich fixierte ihn, er bemerkte meinen Blick und floh. »Hinterher!«, rief Holmes, der begriffen hatte. Und schon begann die wilde Hatz. Ende des ersten Teils »Hinterher!« Vielen Dank.